Hi Leute, eine ganz kurze Meldung aus meinem Urlaub. Hier im Hintergrund läuft der Ventilator. Heute ist Mittwoch und es ist der wärmste Tag des Jahres bisher. Ich kann nicht sagen, ich war eben zu Fuß einkaufen und ich hatte das Gefühl, meine Beine stehen bis zur Hüfte in Flammen. Und ich habe Leute vor mir gehen sehen, die sich dann in Luft auflösten, weil keiner da war. Es ist warm. Es ist tatsächlich sehr warm. Es ist unglaublich warm. Es macht auch keinen Spaß. Sommer ja, aber das hier ist kein Sommer. Das ist einfach nur noch, ja, man wird, wenn man rausgeht, regelrecht gegrillt. Und das ist jetzt nicht so in meinem Sinne. Deswegen bleibe ich jetzt auch wieder zu Hause. Ich habe alles, was nötig ist jetzt im Haus. Und na, ich wollte mich einfach nochmal melden und mal ganz liebe Grüße an euch raussenden. Passt auf euch auf und ja, wie gesagt, bei der Hitze übertreibt es nicht. Ja, ich möchte euch alle gesund, munter und wohl behalten. Wieder in meinen Streams ziehen. So Leute, das ist jetzt die Message für heute. I love you. Ja, ne, bleibt wie ihr seid. Bleibt okay und achtet auf eure Gesundheit. Trinkt viel bei dem Wetter. Nicht alkoholisch, sehr viel Wasser. Macht einen Spritzer Zitrone ins Wasser wegen der Elektrolyte. Ganz wichtig. Ansonsten, ja. Wir müssen jetzt durch. Wir müssen da durch. Ich grüße euch. Bye, bye.